jo moin freunde willkommen zu einem neuen part von gta 5 ich bin euer pascal youtube was geht in diesem part von gta 5 bin ich wieder mit michael unterwegs im letzten part von gta 5 war höchstwahrscheinlich floyd und seine frau umgebracht weil der streit zwischen den beiden vollkommen eskaliert ist und dann ist das ist troffer zusammen mit floyds cousin in puff gefahren und dort ja sag ich mal wohnen die beiden jetzt und dort führt jetzt michael anscheinend hin so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hinter den Kulissen eines Puffs Wasserspender Hier schminken sich Und hier machen sich die Ladies fertig Die Kostüme der Ladies Und hier Ist der Laufsteg Hallo Die beste Prostituierte aller Zeiten, Michael Ganz im Ernst Gibst ein Topmodel ab Kappa Oh Ich werde sogar schon beklatscht Ausspälen des großen Dings Und hier Ich werde das verrückt Ich will das mit Merriweather Sicher, dass die Agenzie nicht zurück nach uns Und dann machen wir eine letzte große Zahl Und dann du zurück mit deinem Familie Ich werde nur hier leben Ich werde das gutes Geschäft zeigen Menschen eine gute Zeit Busser, Brad aus der Präsenz Und dann, du Und was ist das mit Franklern? Ja Sure Brad war da manchmal auch Ich meine, es gab andere Leute auch Also Anyway Wir 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 anständige arbeit die vier leute herrn ist klar der besitzer des post ist anscheinend tot das ist aber nicht das auto mit dem ich hergekommen bin einfach hier irgendwo sport ja in gd a5 kann man beamen zumindest das vorzug entscheinend Fahrzeugbank. Drücke Kreis um den Bankeingang zu betrachten. Union Depository. We have to stop outside the Arcadia Center, down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Kunsthafte den Hintergrund aus. No, but remind me to go over with you again sometime, but not now. Look, dawg, light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserves? Yeah, huh? Maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? He pissed you off. Well, I like clockwork, Mikey. I like clockwork. Since when did he hang your teddy? I don't know exactly what to know. You mentioned a job before. Something I can help you with? I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Busting Brad out of the clink. What do you talk about Mike about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. Fahre zum Flugplatz. Yup. Fahre zum Flugplatz. Yup. Wink. Do they call it a wasteful disease? Because you waste people's time? Move it! Soll ich nun noch auf Läster fahrten? Nö, ich... Wow, ist ja sportlich von dir, Läster. Ich nicht erwartet. Geht immer so mit einem Stock. Tut so, als ob man rumpeln müsste. Warte ist ja ganz sportlich. Schön über den Knopf drin. Warte ist ja ganz sportlich. Oh, was am I saying we got the perfect guy for it Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with him, team! Do whatever less need you to do! Drücke Kreis, um auf Lässers-Kamera umzuschalten. Jo. So langsam schwächelt auch die Batterie von Seiter-Kamera. Gut, so wie die auch im Einsatz geführt ist. Was ist hier für den Job? Woher? Unter einer von den Bränden. Es ist auf der Route und wir haben viel Aufmerksamkeit. Es ist zu öfter. Es gibt ein paar Gehtouts, und wir würden uns verabschieden, wenn sie aus der Straße gehen würden. Wir könnten die Fahrzeuge rüber. Mit dem richtigen Geräte, wir würden sie auf die Seite holen. A central station is monitoring the car's positions. If the GPS tracker reads its down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine! Whatcha thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time, and the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. We need to follow them! Get closer! Der Konvoi... Soll ich nun etwa den Konvoi mit der Kamera beurten, oder soll ich ihn hinterher fliegen? Das wurde nie gesagt. Dass ich ihn auch hinterher fliegen muss. Komm in, Michael! Wir haben ein Bild auf dem Konvoi. Keep mit ihm, Tee. Wir tun was, was der Less braucht. Wir müssen mit ihnen bleiben und finden einen Platz für den Abbruch. Was für den Abbruch? Was für den Abbruch sind wir schauen? Ich denke, ich warte in den Jawen und fange sie mit den Schrauben ab. Aber ich denke, das wird hier nicht funktionieren. Nein, es wird nicht. Wir suchen irgendwo mit Koffer für uns und keine Schrauben für sie. Ah, das gleiche Prinzip wie ein Mannsruhm. Ja, ähm, ich denke. Ah, das ist alles! Entferne dich von den Sicherheitstransportern. Oh, ja, natürlich. Was ist hier für den Konvoi? Wo? Unter einer von den Konten. Es ist auf dem Weg, und wir haben viel Aufmerksamkeit. Es ist zu öfters. Es gibt ein paar Gehäuser, und wir würden uns verabschiedet werden, wenn sie aus der Straße gehen würden, in die Räume. Wir könnten die Fahrzeuge retten. Mit dem richtigen Equipmenten, wir würden sie auf die Seite holen. Eine Station Central ist auf die Fahrzeugehäuser. Wenn der GPS-Träger schreibt, dass es da unten in der Kanal ist, haben wir die Räder blöden über den Ort. Okay! Was denkst du? Ich denke, ich bin nicht in die Nähe von dir in einem Zeitpunkt für einen Zeitpunkt. Und das gleiche für einen Zeitpunkt für einen Zeitpunkt. Oh, es gibt eine Art, um zu machen, wenn die Minuten überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich suche nach dem Baustelleneingang, na toll. Was soll ich den denn finden? Oh mein Gott! Ich schwebe in der Nähe des Baustelleneingangs, da bin ich doch. Oder soll ich da auch noch landen oder wie? Ja, tiefer geht's nicht. Steig wieder in den... Alter! 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 Mit Ich spüle Leute Ich spüle Leute Da ist dein großartiges Halt Hover above it while I record what we need Hover above so I can shoot down into it Now just hover here Steady now It feels like they've been digging this tunnel forever Okay Nearly done It looks good We're lucky these projects take so long I think I've got everything I need to make some plans Gib dich zum Flugplatz Aber ich würd jetzt was zum Michael Bring Franklin To his house Yo Hey so how you feeling about this Feeling pretty good We got a Lester plan in it He'll get us options There's you a guy I know I can depend on And then there's Trevor Ah yeah Trevor will get it done Will he? I hope so man I hope he holds it together Hey you ain't done too good of a job at that yourself You feel me? Yeah, well I ain't pissed off hillbillies Bikers A Mexican gang some Chinese gangsters And a private army Okay? So there's that Yeah, but you just pissed off the FIB And the IAA And your family man You know what I met Amanda and I know who scares me the most Ha ha point taken So you gonna tell me about this Brad dude And the deal with the FIB What happened in North Yankton back in the day anyway? This ain't the time Man we about to going together on the biggest job ever being pulled There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit It's complicated, alright? Fuck it, I'm gonna ask Trevor Don't ask Trevor Shit man you sound shady dog Real shady We'll talk Alright? Just later Alright Halem Hey when he's got something, Lester will be in touch Bestanden aus spähen des großen Dings Ja Und mit dieser Mit diesem Ende dieser Mission Wenn ich auch den Part Ja Danke für's Zusehen Über ein Abo Würde ich mich freuen Und lasst gerne einen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Part von GTA 5 A5 Haut rein Freunde Schau